Everybody pay attention This right here is my pretty boy Was geht ab Leute, euer Fraps is here und zwar heute mit einem neuen Video Heute zusammen mit Ehrenbruder Friendly Wir werden etwas richtig heftiges machen Leute Ich spiele mit der Maus, Friendly spielt mit der Tastatur Aber es wird heftig Ich werde hier abgeschnitten sein Aber der Gottsüchtige ist hier Ihr seht immer mein Auge Wir werden auf jeden Fall etwas interessantes spielen Ich denke mal wir spielen Gruppenkeile Ball Leute Ich sag's euch wie es ist Ich bin die Maus immer noch und er ist die Tastatur Das heißt ich bin nur für Aim, Zielen und Schießen da Also es wird auf jeden Fall interessant Und ich bin nur für Laufen da Nur Laufen, Springen und Bruder, mit was baut man eigentlich bei der Tastatur? Bruder, warte mal, baust du mit der Tastatur oder baust du mit der Maus? Ich baue irgendwie eine Tastatur Also du öffnest auch dort das Baumenü Ja und dann habe ich mit Rad und so diese Filme Alles klar, wir schaffen das Wir schaffen das Wir schaffen das Okay, Challenge ist eigentlich 10 Kills Wenn wir 10 Kills schaffen, Bro Bruder, wenn wir 10 Kills schaffen, dann Dann wird richtig krass Dann sind wir Baba-mäßig Bruder, wir werden es niemals schaffen Ich glaube schon Niemals Bro, ich glaube schon Oh niemals Okay wir schauen Koordination, Bro, schau Pressings Oh der fuck, Alter Schau Das wird richtig Bro, das wird Struggle sein Onkel aber Bro, der Struggle wird real Der Struggle wird real degree Nimm mal Rafa, test, test Du musst nehmen, Bro Oh shit Oh shit Lauf mal zu irgendjemandem hin Ich versuche hier zu Bro, ich höre das geht voll in Ordnung, Alter Das geht in Ordnung, Digga Das schaffen wir auf jeden Fall 10 Kills zeig ich doch, wenn wir schau So Und wenn ihr auch seien so Oh shit Du musst dich mal denken, Bro Bruder, ich höre ich muss dich denken Ich muss nur 1 Charakter, 2 Yarax, 4 Eier Ganz einfach Wir werden die abziehen Wir werden die richtig abziehen, Digga Gegen den Strich, Alter Okay, Bro, wohin gehen wir? Guck mal wo die Zone ist Öffn mal die Map Okay Okay Ich würde sagen, lass uns hier hin Looten Okay Okay, Bruder, let's go Okay, Maestro ist einfach unter dem Tisch gekrabbelt Um eine... Okay, Baris ist hier im Hintergrund Okay Man kann nicht mal die Ruhe aufnehmen, wisst ihr? Man wird direkt abgestanden Bro, man schaut Halbes Asylant... Asylantenheim Er ist hier am Start Ich wurde übrigens gesperrt Für eine Woche Video Uploads Danke an der Stelle für nichts, YouTube Ist auf jeden Fall sehr korrekt von euch Bruder, ich höre ich... Ich muss nützchen Bro, du musst komplett schieben So, nimm Nimm Genau so, Bro Also... Oh shit Die Allerechten, Bruder Die Allerechten Das wird IQ 2 sein, wenn wir versuchen zu bauen Ja, okay, okay Wir werden einfach... Okay, wir scheiß noch los Aber wenn wir laufen und so und hoch gehen Wollen wir schon ein paar Treppen und dann scheiß Ja, wir können aber easy dann bis wir in die Farm kommen Ja, kommen wir gehen Könnt ihr einfach Oh shit Oh shit Das funktioniert besser als ich gedacht habe Das ich auch Also ich dachte... Ich muss wirklich ehrlich sein, Alter Oh shit Die Überraschung war auch am Start, als ich mit... Hä? Warte mal... Hä? Die Überraschung war auch am Start, als ich mit Baris... Charade gespielt habe Was hätt ich... Pantomile... Also ich hätte nicht gedacht, dass der gottesüchtige Baris hier die Punkte rausholt Das sind Flashbacks, meine Freunde Das sind traurige Flashbacks, Alter Das sind traurige Flashbacks, Alter Aber nichts ist trauriger als der Strike auf YouTube heute Also das war... Das war... Wir haben echt... Ballerlös Video aufgenommen gehabt Das war richtig Baba Das war Abriss Das war Abriss Aber jetzt haben die uns alle gefehlt Wir haben Auge gemacht, Leute Wir freuen uns auf die Pyramide Okay, warte, Bruder... Hier drin? Oh! Shit! Bruder! 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 Springen! Bruder! Bruder! Bro, komm, komm, komm! Komm, er ist leicht nach unten! Nicht springen, nicht springen! Bruder! Irre! Bruder! Ein Kill am Start, Bro! Ein Kill am Start! Hallo, Motherfucker! Oh mein Gott! Der hat unseren Vater genommen Der hat einfach Vater genommen, Bro! Bruder, das war... Egal! Komm, wir haben jetzt schon... Egal! Ein Kill am Start von 4! Okay, hier, Bro! Hier, hier unten, hier! Wo? Hier, hier, hier! Geht laut, direkt! Bro, der wär so dead! Hier, hier oben auch! Oh mein Gott, Bro! Oh, Bro, Bro! Geh weg! Die snipen! Einer snipet von denen! Ich glaub, der hier vor uns! Bro, Bro, Bro! Du musst... Warte! Bewege dich, beweg dich! Bro, ich seh halt nichts! Irre! Fahr mal da! Hier oben, hier oben. Pass auf, pass auf! Der kommt von oben! Bro, hier, hier! Ach, schade, Bruder! Schade, Bruder! Aimbar beim Start, Bro! Den mit dem Sniper haben wir... Den mit dem Sniper haben wir dezent aus dem Leben gelöscht. Den haben wir dezent eliminiert, Bruder! Jetzt wissen wir, dass hier Action hat. Hier, hier, hier. Der Bray wird jetzt Pumpgun fressen. Oh, shit. So, Bruder, bleib kurz stehen. Oh, shit, oh, shit, wir müssen runter. Bro, bro. Bro, bro, hinter uns. Wo, wo, wo? Über uns, über uns, hier. Bro, what the fuck? Es ist schwer. Hier, hier, der Bray ist genau vor uns, Bro. Hier, hier, hier. Bro, Bro, ich seh nix. Oh mein Gott, wir haben keine Waffen. Ey, wir haben keine Pump-Armonie hinter uns. Shit, Bruder, 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 überall. Oh mein Gott. Bro, beweg dich ein bisschen. Oh mein Gott. Irre. Bro, laden wir schnell. Lauf vor, lauf vor. Bro, Bro, Bro. Ich hab ihn nicht gefickt. Ich hab ihn nicht gefickt. Ich hab ihn nicht gefickt. Ah, Mann, er sorgt um Sicklim Jackson. Mach keine Faxen, Alter. Bro, sieben Kills brauchen wir noch. Wir brauchen noch sieben Kills. Bro, sieben Easy-Kills, Mann. Mach dir keine Sorgen. So, wir gehen hier jetzt mit Sniper hin. Bleib mal stehen. So, wir checken jetzt die Lage ab. Wo sind die Bray? Hier unten, hier unten. Chill. Oh, hier ist leider jemand tot. Bro, Bro, Bro. Lauf, lauf. Bro, Bro, Bro. Ey, er hat 63er Hit, Mann. Junge, stirb doch einfach noch. Sieben Kills, mach keine Faxen, Alter. Also jetzt klappt es irgendwie nicht mehr so gut, Bro. Wir schaffen das. Lande wieder da, lande wieder da. Hier ist der Keck. Hier, hier, Bro. Direkt, direkt. Bro, Bro, Bro. Bro, du musst dich bewegen. Das ist so schnell. Bro, ich bewege mich doch. Ich fick es nicht hin. Wenn ich aber mich bewege, dann kannst du nicht zielen. Das ist der Struggle, Bro. Das ist der Todesstruggle. Hier nochmal, Alter. Wir holen uns hin. Lande erst oben. Hier, 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 hier. Spelle, Spiel, Bruder. Ey. So ein Hund. Hier unten, hier unten. Junge. Bitte. Bitte. Wir schaffen das, wir schaffen das. Konzentration ist unser Problem. Wir landen wieder da. Irgendwo in der Nähe. Okay, wir können da nicht landen, aber wir gehen hier irgendwo hoch. Oh. Bitte töte. Ehre. Wenigstens, Alter. So, nachladen. So, Vorhaut. Genau, auf jeden Fall. Okay, da hinten sind welche. Hier, Bro. Hier, hier. Das wäre fast Vorhaut. Ich habe Angst, dass hier irgendein Bre landet. Oh. Das war so knapp, Bro. Hä? War das jemand von uns? Keine Ahnung. Ja, okay. Ist keiner von uns gewesen? Nein, Bro. Das war keiner von uns. Links, links. Genau, wo du geschaut hast, da. Was? Bruder. Komm, wieder da, wieder da. Links, links, Bro. Oh, man. LF Jumped genutzt. Hier, hier. Kommt, hierher. Es wird knapp, Bruder. 50 Leute sind schon drauf. Bro, ich such halt nach Leuten, die wir umbringen können. Hier, Bro. Das ist unsere Chance. Spring, spring, spring. Spring. Bruder, warum springst du nur so einmal, Bruder? Doch, warum? Wir haben das geschafft, Mann. Noch sechs Stück, komm. Bruder, wir dürfen das jetzt nicht als Niederlage sehen. Okay, komm. Hier, hier, hier. Der Bre wird jetzt draufgehen, Bro. Irre. Jawoll. Fünf, Bruder. Nur noch fünf Kills. Bitte. Ein Snipe auf Halal. Okay, Bruder. Auf Belesch. Hier. Nein. Das ist unser. Da kommt ein Kelp. Oh, Bruder, der unten. Da, gerade wo du geschaut hast. Da, genau da, genau da. Das ist unser. Okay, das ist unser. Oh shit. Hier ist jemand. Irgende... Da, 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 da. Links, links, genau. Hier, 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 links, links von dem Gebäude hier. Genau da. Genau. Gleich kommt er raus, Bro. Pass auf hinter uns. Hier ist jemand. Da oben, da oben, da oben. Ja. Pass auf, pass auf. Pass auf, Bruder. Lieber Sniper. Ich schwöre lieber Sniper. Oh mein Gott. Geh ein bisschen weiter nach hinten. Geh ein bisschen weiter nach hinten. Geh ein bisschen weiter nach hinten. Mann. Unser Team soll mal keine Kills machen hier. Und die anderen auch nicht machen. Bro. 87. Das war's. Sie haben verloren. Bro. Es gibt keine Menschen, die wir attackieren können. Lass uns mal hier umschauen. Hier, hier. Mannes. Mannes. Das war's. Oh mein Gott. Was ist das? WTF. Man sieht das gar nicht. Nah. Das war's, Bro. Lost. Bitt ein kill. BITTE! Hier. Egal wir schaffen das er weiß nicht wo wir sind oder bleibt doch stehen bitte 6 leute noch übrig das war's bro das war's schön war's 10 kills haben uns bisschen überschätzt oder vielleicht ein einzigen noch kommen wir landen richtig in einem drin wir gehen hier runter wir suchen direkt ein komm bruder wo bist du niemand in element bro wo sind diese ganzen leute kein mensch kein mensch bro kein fucking mensch was ist das verfickte scheiße es ist okay es war jetzt nicht so krass aber es war trotzdem 5 kills also 5 ist besser als nix ist besser als nix er gebt jetzt an der stelle frpc unterstrich yt den creator code ein mit herz mein lieben freund wollt ihr mehr solche scheiße sehen schreibt in die comments passt auf euch auf nicht vorbei haut rein so